Okay, anscheinend müssen wir den da beseitigen. Die meisten Freier sagen, sie vermissen ihre Mutti. Ich nicht. Okay, wir müssen die wohl belauschen. Aber wir können was hier dazwischen stellen, ne? Und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles voll. Bist du sicher, dass wir da hingehen? Nein, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Okay. Die planen also eine Expedition. Irgendwie bewegt er sich gerade sehr langsam. Noch stellen wir uns mal zwischen die. Okay, er ist schon aufgebrochen. Und die marschieren nach Süden. Sag dir mal was. Nein. Nein. Ja gut. Achso. Erwär dich doch mal, Mann. Er nimmt aber auch immer etwas anderes ins Ziel. Meine Güte. Jetzt nimm doch einfach mal ein Ziel und konzentrier dich auf den. Nein. Blöd ist, dass die auch immer wieder aufstehen. Was die doch eigentlich irgendwann mal auch K.O. schlagen. Nee. So wird halt nix. Weil der nimmt auch sofort immer jemand anders ins Ziel. Sobald der auf dem Boden liegt. Immer dasselbe. Ah, okay. Ich muss Y drücken. Weil einer auf dem Boden liegt. Y drücken. Ah, ja. Jetzt haben wir was. Na, kommst du her. Ganz schön umfährt, ne? Nice. Hau den doch schon um hier. Hält auch immer schon die Visage hin und lässt sich verprügeln. So, einer weniger. Hörst du jetzt mal auf hier. Ich finde das aber auch zum Kotzen, dass der einfach immer irgendein anderes Target nimmt. Dann willst du dich auf einen konzentrieren, dann nimmt er einen anderen ins Target. Wieso soll das denn gehen? Scheiß Auto Target. Ja. Okay. Ich dachte schon, ich wäre jetzt fertig. Los, mach den fertig. Ich bin kein Kämpfer. Eine Wunde. Ach, das ist nichts. Hier. Das sollte die Blutung stoppen. Das war nicht nötig. Aber danke. Wir sollten weiter. Triff mich später bei Braydox Camp. Das werden wir. Wo müssen wir jetzt hin? Ne, wir müssen mal wieder hier zu uns tossen. So. Okay, da kommen wir nicht runter. Was ist denn nur los, Sir? So, wo haben wir jetzt eine Brücke? Da brauchen wir gar keine Brücke. Wo wir den Weg hier folgen. Da läuft wieder ein Kanickel. Oder sowas ähnliches. Okay. Kommen wir jetzt hier durch? Oh ja. Haben wir gar keine Brücke gebraucht. Nein, da wird er nicht durch. Okay. Ich glaube, wir müssen aber da hinten rüber. Ich glaube, wir müssen aber da hinten rüber. Also mir hat das Spiel ehrlich gesagt viel zu viel Videosequenzen und so Reisezeiten. Boah, was soll das denn hier? Bis zum nächsten Mal.